Keine Treppe. Wir machen keine Anstalten, um da eine Treppe hinzubauen. Ah, fast. So. 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 Was ist das? Naja, später werde ich noch Steine brauchen sollte. Irgendwann, sehr viel später. Oh, hier bricht alles weg gerade. Das hier ist ein bisschen unschön. Warum bricht hier wieder alles weg? Also ja, sie kommt zum Glück noch hoch und so, aber... Trotzdem doof. Auf beiden Seiten. Okay. 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 Wie kann ich das? Hint! Oh, ihr habt hier auch schon wieder aufgeräumt. Dann könnt ihr hier weitermachen. Oder noch besser. Ich lasse euch hier oben. Oh, wir sind bald unter 900. Das heißt, so ein Ding da sind 450. Naja, 14 mal... 14 mal 2 sind schon 280 und mal 3. Also mal 20 mal 30 sind es dann. Nochmal 14 drauf. Äh, 440, ja. Kommt also ganz gut hin. Ich gucke mal, der Dinger ist flach. Das heißt, ich kenne mal einreißen. Jetzt wird Holz geliefert. Ja, da wir aber da noch hoch müssen, wahrscheinlich, wenn wir den Rest abtragen wollen, müssen wir hier eine neue Treppe bauen. Hier wird dann auch ein paar Steinchen kosten. Also, ja, machen wir es von hier aus an die Kante. Das ist dann am sichersten. Oh, hey, ich habe gleich getroffen. Oh, hey, ich habe gleich getroffen. Wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 9, ok. Da habe ich 2, das heißt, ich muss die hier noch in Steine verwandeln. Naja, selbst das wird nicht lange erhalten, was wir hier an Holz haben. So, ihr fangt schon mal mit der Treppe. Dann, ob es nur ihr 2 seid, dürfte das ja eigentlich gehen. Na, du gehst zurück. Wie immer. Nein, du gehst sogar da hin, weil da darfst du gar keinen Stein ablegen. Ah. Ich wünschte, es würde eine Fittermethode geben, dass ich sowohl Stein als auch Ziegel dort ablegen kann. Ah nein, kann ich nicht. Das Spiel sagt explizit nö. Bitte mal... Hm, jetzt rennt er in die andere Richtung. Also Logik haben die Bricktrons nicht. Das muss man leider sagen. Anstatt dass er hier weiter die Treppe baut, weil die Steine und die Treppe am nächsten bei ihm sind. Nein, er entscheidet sich einfach. Ich baue jetzt. Ähm... Ich baue jetzt lieber mit Holz weiter, denn ich bin super schlau. Und ja, jetzt müssen wir halt wieder warten, bis sie die Treppe gebaut haben. Bevor wir hier oben das nächste große Abholzen beginnen können. Gott, hier werden noch Eisen-Vorräte. Und ja, jetzt fällt es mir wieder ein, da waren Stein oder Eisen oder solche Vorräte. Oh, gehst du wieder weg? Ah, okay, mini. Wenigstens haben sie den Bereich jetzt auch fertig. Müssen wir nur noch die beiden Bereiche füllen. Und ich gebe zu, höchstwahrscheinlich wäre es einfacher, aufs Holz zu pfeifen und alles mit Erde zu füllen. Aber ihr wisst ja, Konsequenz heißt auch, Holzwege zu Ende zu gehen. Pust. Passt ja gerade. Perfekt. Wie die Faust aufs Auge. Gott sei Dank, sie haben es geschafft. Cleanup-Crew, hier rüber. Cleanup-Bake. Cleanup-Crew, hier rüber. Cleanup-Crew, hier rüber. Cleanup-Crew, hier rüber. So, da habt ihr zwei Holz. Macht was draus. Ja. 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 Holz wird transportiert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und dann gibt es jetzt einen Cut. Also, bis gleich.